Ausgangspunkt ist diesmal ein Interview mit dem Schriftsteller und Publizisten Navid Kermani beim Deutschlandfunk. Auf die Frage, ob es sogenannte Sprechverbote gebe, antwortet er folgendes. Naja, es gibt Sprachregelungen. Also zum Beispiel in Universitäten darf man nicht mehr sagen Studenten, man muss sagen Studierende. Und da will ich ein konkretes Beispiel nennen. Ich, wenn ich in die Universität gehe, kann sagen Studenten oder Studentinnen und Studenten. Aber ein junger Wissenschaftler, der jetzt beginnen würde mit seiner Karriere, der hätte ein riesiges Problem, wenn er sich diesem falschen deutschen Wort Studierende verweigert. Und der würde wahrscheinlich keine Karriere mehr machen können in Deutschland. Und da beginnt es schon auch problematisch zu werden, dass man bestimmte Sprachregelungen einfach mitmachen muss, wenn man in bestimmten Berufen ist, nicht generell. Ich schätze Navid Kermani und möchte ihn auf gar keinen Fall in eine Ecke stellen, in die er ganz und gar nicht gehört. Das Beispiel aber, das er hier nennt, ist aber eigentlich gar nicht so konkret und mein persönlicher Eindruck ein anderer. Ich habe nicht das Gefühl, dass es solche Sprachregelungen in relevanter Anzahl gibt. Ich selbst wähle mittlerweile als Anrede die Form Liebe Studierende, wozu mich wirklich niemand gezwungen hat. Aber wie gesagt, das ist nur mein persönlicher Eindruck und in diesem Video soll es auch mehr darum gehen, ob es sich bei Studierenden, wie behauptet, um einen falschen Ausdruck handelt. Zunächst einmal lässt sich sagen, dass Bildungen aus dem Partizip 1, as known as Partizip presence, sehr oft vorkommen. Obwohl das Partizip 1 eine Verbform ist, wird es eigentlich nicht als solche gebraucht, sondern wie ein Adjektiv als Attribut. Der bellende Hund spielt. Deshalb werden die Partizipien in dieser Verwendung nicht selten auch als Adjektive klassifiziert, obwohl sie einige andere Eigenschaften des Adjektivs nicht aufweisen. Jedenfalls drückt das Partizip im Allgemeinen Gleichzeitigkeit mit dem übergeordneten Geschehen aus. Das heißt, während der Hund bellt, spielt er. Eine Form wie Studierende ist aber gar kein echtes Partizip 1 mehr, sondern eben ein Substantiv, das aus einem Partizip 1 gebildet wurde. Der bellende Hund wird zu der bellende, die schreibende Frau zu die schreibende, die ankommenden Gäste zu die ankommenden und so weiter. Einher geht natürlich mit der Großschreibung. Diesen Wortbildungsprozess bezeichnet man als syntaktische Konversion, das heißt ein Wort wird aus seiner syntaktischen Stellung und dementsprechend auch inflektierter in eine andere Wortart überführt. Das kann man natürlich mit Adjektiven machen, der Alte, der Dumme und so weiter, aber eben auch mit Partizipien. Hier wird dann das Flexionsmorphem Ende für das Partizip sozusagen mitgeschleppt und ist dann auch im neuen Substantiv enthalten. Jetzt aber zur Bedeutung. Bei diesen drei Bildungen könnte man sagen, dass die Eigenschaft der Gleichzeitigkeit erhalten geblieben ist. Mit der bellende, die schreibende und die ankommenden markieren wir in der Regel jemanden, der oder die jetzt gerade bellt, schreibt oder ankommt. Und genau so wird auch bei unseren Studierenden argumentiert. Hier wird also ein Bedeutungsunterschied zwischen Studenten und Studierenden gesehen. Die StudentInnen seien nur dann auch Studierende, wenn sie jetzt gerade studieren. Wenn sie etwas anderes machen, sind sie nur StudentInnen, aber keine Studierenden mehr. Deshalb lehnen es viele als allgemeine genderneutrale Bezeichnung ab. Ob Kermani auch so argumentieren würde, weiß ich natürlich nicht. Diese Argumentation ist aber weit verbreitet. Zum Beispiel bei Max Gold, der es folgendermaßen ausdrückt. Wie lächerlich der Begriff Studierende ist, wird deutlich, wenn man ihn mit einem Partizip Präsens verbindet. Man kann nicht sagen, in der Kneipe sitzen biertrinkende Studierende oder nach einem Massaker an einer Universität, die Bevölkerung beweint die sterbenden Studierenden. Niemand kann gleichzeitig sterben und studieren. Das klingt alles ziemlich logisch. Was hier aber missachtet wird, ist die Tatsache, dass die Regel der Gleichzeitigkeit doch nicht so starr ist und eben nicht immer eintrifft. Wenn man die bereits genannten Beispiele der Bellende, die Schreibende und die Ankommenden nun mit Wörtern wie die Auszubildende, der Vorsitzende oder die Alleinerziehenden vergleicht, sieht man, dass zwar alle Wörter aus entsprechenden Partizip 1-Formen konvertiert wurden, sie sich aber doch voneinander unterscheiden. Ich denke, es ist unstrittig, dass ein Auszubildender auch dann noch ein Auszubildender ist, wenn er gerade frei hat und zu Hause auf seinem Sofa sitzt. Der Vorsitzende eines Sportvereins etwa ist auch dann noch der Vorsitzende, wenn er gerade einer anderen Beschäftigung nachgeht. Und Alleinerziehende sind auch dann noch Alleinerziehende, wenn sie ihr Kind gerade in die Kita gebracht haben und gerade nicht selbst erziehen müssen. Was also in diesen Fällen stattgefunden hat, ist eine Lexikalisierung. Das heißt, die Wörter haben eine gewisse Eigenständigkeit bekommen. Wir nehmen sie nicht mehr unmittelbar als substantivierte Partizipien mit der Bedeutung der Gleichzeitigkeit wahr. Und hier können wir auch die Studierenden einsortieren. Wenn man also die Studierende als allgemein im Plural genderneutralen Ausdruck kritisieren möchte, müsste man das konsequenterweise auch bei Alleinerziehende und Co. tun. Wobei man hierzu anmerken könnte, dass auch Student ursprünglich ein Partizip war, nämlich im Lateinischen, aus dem das Wort stammt. Jedenfalls sind dann biertrinkende Studierende genauso möglich wie biertrinkende Vorsitzende oder Alleinerziehende. Ich denke, diese Verwendungsweise ist in Universitätskreisen auch schon ziemlich weit verbreitet. Dennoch wird sie von vielen unter Berufung auf die oben genannte Argumentation weiterhin abgelehnt. Hier mal vier Belege von Twitter aus dem November 2019, die ich mehr oder weniger willkürlich ausgesucht habe. Die Verwendung des Wortes Neusprech zeigt nicht nur, dass die Diskussion zum Teil ein politisches Ausmaß hat, sondern sie erweckt auch den Eindruck, als sei Studierende in dieser Bedeutung eine neue Bildung. Das stimmt aber nicht. Wenn man sich die Referenzkorpora des digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache anschaut, stellt man fest, dass die Form im 19. Jahrhundert sogar recht populär war, wobei man sagen muss, dass sich noch keine Aussage darüber treffen lässt, wie das Wort genau verwendet wurde. Dafür müsste man sich die einzelnen Belege anschauen. Einen dieser Belege liefert dieser Twitter-User, der zudem ironisch auf die bestehende Diskussion referiert. Tatsächlich taucht die Form Studierende mehrfach in Dichtung und Wahrheit auf und es existieren natürlich auch noch frühere Belege. Wir können also die Entwicklung und den Gebrauch des Wortes mit Hilfe historischer Quellen und Corpora nachvollziehen. Wie man Geschlechtergerechtigkeit in der Sprache herstellt, ist ein großes und viel diskutiertes Thema. Die Konversion aus dem Partizip funktioniert zwar auch in anderen Fällen, sie stellt aber nicht die alleinige Lösung dar. Beispielsweise kann man wohl kaum Bürgende statt Bürgerinnen und Bürger sagen. Und sicherlich gibt es auch noch andere Fälle, in denen es sich zumindest komisch anhört. Studierende halte ich aber für eine passable Form. Für mich ist sie inzwischen normal geworden, für andere mag sie vielleicht gewöhnungsbedürftig klingen und wer sie nicht verwendet, tja, verwendet sie halt eben nicht. Ich hoffe aber gezeigt zu haben, dass die reflexhafte Ablehnung und die damit verbundene Argumentation auf ziemlich wackeligen Füßen stehen. Vielen Dank an alle Zuschauenden. Vielen Dank. Vielen Dank.